Geh weg von mir, ich frau dir nicht. Geh weg von mir, du scheiß Türke, Alter. Wow, Alex, Alex. Alex? Das ist Alex? Wo ist der? Hakan, fragst du, als wäre der... Ich fand nicht, dass Alex alle umgebracht hat, außer mich. Ich stand nur mit meinem Stuhl da. Pass auf, der ist da hinten im Wendt gewesen. Oh, er ist am Wendt, er ist am Wendt. Ich hab keine Waffe, warte mal, haben die andere hier gejobbt. Ich hab keine Angst vor Alex. Alex, warum hast du mich nicht umgebracht? Äh... Ja, ich war panik im Moment, aber durch so den Beinen geht es erstmal lieber, ne? Ich hatte halt nicht meine Waffe, Junge. Nein, wie? Was? Warte, okay, es muss Herr Hakan sein dann, oder, Erik? Oh, dann warte mal, warum sollte er dich nicht getötet haben? Warum soll ich... Ah, okay. Gib mir ne Waffe, ich hab keine Waffe, Erik, klapp deine Waffe! Ich hab ja so... Nein! Le Mau... Das ist so witz! Ich hab nur ne Sniper, Erik. Der hat schon direkt gedockt, Junge. Jetzt fack'n Fehler. Ich hab gesagt, drop... Ich wusste, dass Hakan ist, ich wusste direkt an da. Hakan acted einfach so komisch. Hä? Wo ist ein...